Was ist die Futterbänder? Als wir diesen Stall gebaut haben, war das noch nicht so verbreitet. Das war eines der ersten, die wir gebaut haben. Ich habe es vor allem einfach gemacht vom Platz her, den man einsparen kann. Man braucht keinen Sten, vor allem auch keinen Traktor. Man hat alles elektrisch. Ein Elektromotor läuft über Jahre hinweg eigentlich ohne Wartung und Unterhalt. Für mich war es wichtig, dass wir breite Laufgänge haben. Dass die Kühe möglichst viel Komfort haben. Dass es so einfach wie möglich ist. Und nicht zu viel Elektronik, zu viel Technik. Und dafür Mietplätze und zügiger bauen. Und auf diese Art und Weise das Geld, das man bei der Technik einsparen kann, wieder investieren in den Komfort der Kühe als solches. Bis jetzt habe ich es noch nie vermisst, dass ich das Futter dann brauche. Im Gegenteil, mit dem Band sind wir effizient. Kühe kommen mehrmals am Tag das Futter frisch vorgelegt. Was sicher mit dem Futterband gewährleistet ist, die Kühe sind nochmals ruhiger. Gegenüber sonst, wenn wir mit dem Mischwagen vorfahren, so zweimal am Tag. Und so kommt das Futter immer. Sie wissen, es gibt immer wieder Futter. Sie sind nicht darauf angewiesen, sofort den ersten Halm holen und darum kämpfen. Wir haben ja verschiedene Sektoren. Im Ganzen sind es die vier Sektoren, die wir im Betrieb haben, zum Futteren. Und alles zusammen ist im Moment bei 20 Fütterungen, die wir haben am Tag. Und wir haben einfach eine Tagesration, die wir für die Kühe zusammengestellt haben. Und dann kann man das variieren, anhand der Kühe, die man hat. Kann man eingeben, wie viele Kühe das Futter rüberkommen. Und dann passt das automatisch an. Wenn man etwas zu wenig Futter hat, kann man auch die Prozent ein wenig nachgehen. Und von daher ist es sehr fein. Und es bewegt sehr exakt und genau ein. Also die Steuerung ist sehr einfach aufgebaut, bedienerfreundlich. Und das kann jeder Mann bedienen. Also das ist überhaupt kein Problem. Wir haben einfach hier hinten ein Futterband. Das fällt links und rechts. Das sind schon mal zwei verschiedene Gruppen. Und dann in der Länge kann man es auch noch variieren. Also da ist man sehr flexibel mit der Einteilung, die man machen kann oder wo man hat. Für mich ist der grösste Vorteil, das Futter wird immer vorgelegt. Man muss nicht nebendran stehen. Und die Kühe sind gefuttert. Man muss nicht heimspringen, um Futter vorschieben. Also das ist sehr eine Erleichterung. Und man hat auch viel weniger Kilo, die man effektiv mit der Hand umschiebt. Also das Futterband ist am 23. August, das war acht Jahre jetzt, als es im Betrieb ist. Auf jeden Fall würde die Fütterung wieder automatisieren. Ja. Also das ist überhaupt keine Frage. Weil das ist für mich die grösste Erleichterung allgemein, die es überhaupt gibt. Und das wird, wie ein Melchroboter die Zukunft hat, wird auch Fütterungsroboter oder das Futterband einfach immer mehr an die Zukunft gewinnen. und das wird auch immer mehr an die Zukunft und die Zukunft haben. Und das ist auch ein Clip. Und das ist auch eine gute Sache. Vielen Dank.